hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video über lustige dinge mit dem million hallo hallo ja der kopf ja der sieht nicht so gesund aus ich glaube ich habe ich habe das genüge gebrochen ja wir haben uns wieder ein bisschen ausgetobt wir haben ein paar sachen freigespielt und es geht es geht doch jetzt geht es wieder wie groß noch grösser noch grösser noch mal noch mal wie langsam ich bin ja mega ich habe nur noch zwei füße ich will mal den fisch ganz gut machen ja es geht wieder und wie groß bin ich jetzt wie geil ein riesenfisch ich wollte schon immer so einen großen gold in einem kleinen aquarium schau mal wie groß ich bin also es kann jetzt total verpackt sein kann ich dich als fisch satteln was mich angelegt ko nasorn verliert gegen fisch wie groß kann man wie klein die maschine einfach aussieht kann ich nochmals rein kannst du mich nochmals einschieben du bist doch klein genug oder groß genug ich bin wieder so lange das müssen wir unbedingt immer zu zweit aufnehmen diese videoserie ich bin noch grösser gewonnen manchmal geht es manchmal geht es aber was war das eigentlich gestern wo ich mich unter die map geglitscht habe da hast du eine gold dafür ja das ist halt wenn du dich so komisch in der kanisation herum herbewegst dann passiert das halt manchmal glitscht man sich da im echten leben auch unter die map ja ja immer deshalb gibt es ja auch so viele leute die einfach spurlos verschwinden sie werden einfach irgendwo durch die wand gebackt ich werde immer größer aber ich sehe immer weniger also ich kann es mir mal ein bild dann geben kannst du ein gutes bild machen wo ich so groß bin ja kann ich dann kann ich das als thorn verwenden ich komme nicht mehr rein weil ich nicht mehr zur maschine komme ich will unbedingt das ei aber das ei geht kaputt ich hole mir mal das ei schon wieder durch die map gesetzt ok und komm jetzt mal kurz genau ich gehe mal hier auf die schöne auf die große schöne und du machst so ein bild ja du bist ein dino ich bin nicht nur ein dino ich bin Hercules so ähm ich bin atlas genau atlas mach mal ein schönes bild ich sehe einfach das gesicht von innen ohhhh wie die zunge so entsteht weee muss man auch kurz Screenshots machen so mal schauen welche so ich Thumbnail machen kann weil man zieht Thumbnails nicht so also man zieht sie einfach klein oder so ja jetzt wählt mir Discord mit so einem Screenshots Trade und dann können wir jetzt so Screenshots machen und wieder eins generieren so also bist du fertig ich gehe jetzt mal kurz äh schön dorthin ja ja ich wusste es ich kann über die Kacke laufen das ist alles so gross und also hm ah komm wie das aussieht wenn ich elektrifiziert bin und im Körper drin bin dann sieht das so ich komme einfach nirgends wo drüber ich bin voll zu gross oh das macht doch jetzt es wird gerade rum gemacht ich kann alles ich kann alles generieren ich kann die Statue einfach vom Schild holen weil ich so gross bin so also hier wo ich bin ist das zum Ei werden äh ja kann ich die Glocke leuten bitte Glocke leuten ja gut also ich muss mich wieder umwandeln ähm ich werde ja zu Jesus finde den Badezimmerschlüssel ist nicht best bei mir okay ich war unter der Map ich war glaube ich unter der Map was Badezimmerschlüssel ja bei mir ist ein Nadel im Kissenhau ja im Kissenhau genau ich will ein grosses Ei sein bitte mach mich zum grossen Ei bitte mach mich zum grossen Ei oh es ist nur ein kleines Ei ich dachte ich dachte Jesus mit Jesus werde ich zu einem grossen Ei aber nö ich wusste es ich wusste es ich wusste es ah kleines Ei macht Ei schildrot ey hallo mit dem goldenen Autor nicht überfahren bitte also ich darf nicht ins Fass ich darf ich bin einfach auf einem Stock auf einem Zaunstock gelangt boing hat es gemacht boing ja ich sollte mich aber auch nicht so kaputt machen äh ja in welche Richtung muss ich da nein 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 oh buh leider geht es so schnell kaputt da ist einfach ein Lieferwagen geflogen gekommen äh so mega rennen das rennen müssen also wie wie verpackt ist dieses Spiel ja so aber ganz langsam dass man nicht irgendwo ins Wasser fällt ich will einfach nicht kaputt gehen wenn ich schon ein Ei bin dann muss ich ja ja ich bin ja nicht das Ei ich bin ja nur ein Ei aber gut ähm ich darf nicht schlüpft hier gibt's kein hier gibt's kein Badezimmerschlüssel ach doch ich hab einen Badezimmerschlüssel ok ich weiß nicht wo du bist und welche Mission das ist aber ich bin ja ein Badezimmerschlüssel ach du scheiße sind hier viele drin und ein Kacken ich hab einen Pümpel einen Pümpel ich bin ja ein Pümpel ich bin ja ein Pümpel ich bin ja ein Pümpel Pümpel ja das Ei geht ne das ist überhaupt größer wahrscheinlich schon aber sehr langsam ok wir haben ja Zeit ich hab die Toiletten kaputt gemacht ne ich glaub das Ei wird nicht größer ohhhh ich betrete jetzt erstmal unsere Ziegenburg ok die Mission ok ich bin einfach explodiert das ganze Ei also ich werde zum riesen jesus ich werde zum riesen jesus sein ich werde zum riesen jesus sein ich hab einen doppelten Vorwärtssalter gemacht ich bin jetzt schon doppelt zu groß also ich bin jetzt schon doppelt zu groß jetzt komme ich wieder zu der kleinen großen Maschine nee ich werde jetzt erstmal unsere Ziegenbop betreten Es gibt noch einen Bug scheinbar, also irgendwie ist das passiert, dass man, wenn man ein Schwein ist, auch so richtig glitscht unter dem Boden. Aber ich habe die gar noch nicht, also wenn du das Video jetzt noch nicht beschert hast, Leon, eben man kann als Giraffe mega dünn werden. So wackelig dünn und so, wenn man sie kleiner macht. Ich glaube nur einmal oder zweimal, ja zweimal ist es. Also das geht glaube ich nur zweimal. Tragen kann man ja. Du musst auch so aussehen. Okay, ich bin auch verbuggt. Ich bin Ball. Ich rolle als Ball umher. Also das Video musst du unbedingt nachher schauen und so vielleicht. Ich rolle als Ball umher und bin jetzt schwarz vor lauter Öl. Jetzt rolle ich so am Boden umher. Hä? Okay. Das Spiel ist verdammt nochmal verbuggt. Hä? 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 Ja, ich fliege einfach so 20 Minuten durch die Luft. Wie ist das? Boah ist das... Man bin ich langsam am... Synchronisieren! Black screen... Oh, 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 ist ja groß! Okay, okay! Ich habe mich auch in den Turm verbracht kurz. Ich back in der Tür drinne. Wie ich einfach dort stehe. Oh ja, das will ich auch einsammeln. Ich kann das anlecken. Ich kann das Item einfach anlecken. Kann ich nicht satteln? Komm her. Ich will mal gucken, ob ich satteln kann. Ich will es einsammeln. Ich kann das Item einsammeln. Bitte, bitte. Lass dich doch einsammeln. Komm schon, gib mir das Item. Lass mich, wenn ich dort hochknütze. Lass du aber. Äh... Ja, ich habe es einsammeln. Strohhut! Yay! Ein Strohhut. So, jetzt liegt er da. Oh Gott. Jetzt... Es liegt. Machen wir mal einen Screenshot. Oh, er liegt da. Der Trago ist tot. Richtig tot. Also, ich möchte gesottelt werden. Ja, ich habe den Strohhut auch. Warte, ich will mich noch die Goldstatue holen. Wo ist die Goldstatue denn? In der Mitte? Auch hier drinnen. Auf der anderen Seite. Kann ich die auch holen? Nee, ich glaube, du kriegst sie nicht mit deinem... Oh! Du hast mich da gerade runter gehauen. Ja, sorry, aber ich will wieder hoch. Ich bin an die Bank geklatscht. Das hat so richtig Knochen. Ey, ich bin im Haus! Ich bin im Haus! Chillig. Ich weiss nicht, welches Thumbnail ich verwenden soll, aber das ist so richtig chillig. Auf chillo, Vanillo! Das war sehr witzig. Es ist so schwer da hochzukommen. Ich will aber hier rein! Wieso sind Jesus so zu gross? Ich hätte sowas gehabt. Jetzt ist... Also jetzt ist wirklich... Jetzt ist Jesus wirklich tot. Jesus lives. Jesus lives. Oh! Ach, bitte! Ach, da werde ich doch direkt zum Gärtner. Nein! Oh, meine Hand! Ja, ich habe die Statur. Ich habe aber die Hand durch die Säune gepackt. Au! Knacks. Es macht immer so Knacks-Geräusse. Ist nicht so gesund. Ich sehe nur Sattel. Also, wo muss ich diese Teile holen? Ich will auch noch mal die ziehen. Da drinnen ist das. Bitte, bitte! Lass mich hier rein! Ach, Mann! Ich muss das Spiel immer fun im Moment sein. Unser Video ist voller Fun im Moment. Ja, Buckel mich! Äh, okay. Ich habe den Arsch in meiner Zähne. Mein Arsch ist in meiner Zähne. Gut. Jetzt bin ich auch mal drinnen. Oh! Hallo! Jesus! Jesus! Lass mich mal hier durch. Ich muss hier durch. Oh! 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 Geil! Oh! Geil! Noch so klein. Was im letzten Live-Singen, was wir gemacht haben, war ich ja. Oder alles gebaut. Ich komme nicht durch. Oh, Knacks. Ach, Miete. Ja, 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 ja. Kann ich mich einfach nicht doch dann durchknüpfen? Nein, ich will ja fast doch. Ich glaube, ich bin... Ähm. Ähm. Okay. Ja. Du wachst im... Du wachst im Boden. Ja, ich weiß. Du musst herkommen. Ich bin hier im Glas drin. In diesem... Ja, warte. Ich versuch dich irgendwie da... Ich bin ganz oben. Ich bin ganz oben. Äh, ich bin jetzt völlig verpackt. Aber so sieht man das Label von hinten. Geil! Das sieht so geil aus. Da haben die Entwickler sich wirklich mögen. Im Hintergrund, oder? Ich kann... Wir müssen... Okay. Um das zu... Ähm... Dings zu öffnen, brauche ich dich. Ja, warte kurz. Ich werde zum Schwein. Okay, jetzt habe ich wieder überall weiß. Okay, jetzt bin ich da. Ich bin dein Schwein. Ich komme zu dir. Wie du verpackst. Mega geil. Katzün. Wir werden einfach nur Boxen auslesen. Immer nur Boxen. Oh. Es wird aufgereibt. Da schläft nur... Da schläfft nur Obdachloser. So eine Ziege hat das ganz schnell repariert. Wieso? Guck mal, der Tisch backst. Bei mir. Bei mir backte der eine Tisch. Wackelt es oder was? Ich bin in den ganzen Raum geflogen. Du bist bei uns. Jetzt tut er auf meinem Tisch hier. Überall. Das ist ein witziges Bild. Das ist ein witziges Bild. Scheiße. Ich habe die Zunge. Die Zunge. Traurig komm nochmal her. Ich glaube wir können nochmal was abholen. Wieso? Wir haben schon ein bisschen weiter gespielt. Ja wir haben zu viel gespielt. Ohne irgendwie sehen. Erst durchzuspielen. Komm wir machen den Endbosskampf. Guck mal da warst du drin oder? Ja also nein nein nein. Ich war im Hintergrund. Wir können nochmal. Kann ich ein Schwein sein? Schwein sein. Und jetzt. Ah genau. Ja hier kann man ja schauen was fehlt und so. Also hier drinnen müssen. Ehm. Oben. Aber wir haben fast keine Missionen gemacht. Hier eh oh der Tentakel. Ja hier ist das vom Zoo. Ja hier ist der Tentakel vom Jack Sparrow. Ähm. Jack Sparrow. Okay man kann einfach so bestimmte Sachen sehen. Die golden sind. Gebäude. Das war ein Geister. Goldi. Hier ist Goldi. Da war mal Goldi. Ähm. Okay ich bin wieder verbatzt. Komm mal runter. Die Töpfe. Komm mal unter die Töpfe. Komm mal unter die Töpfe. Oh. Ja hier. Ach du Scheiße. Hallo. Hallo. Das Schwein ist leider auch verpackt. Ich werde mir heute wahrscheinlich Alan Wake 2 holen. Oh ja. Aber auf Epic Games. Da kannst du es vielleicht nicht. Oder gibt es es auf Steam? Ja ähm. Ja über Epic Games könnte ich dir mein Account geben. Da könntest du darauf spielen. Keil. Ich könnte Alan Wake äh let's planen. Ja. Da magst du ihn. Also ich geh wieder raus. Ich möchte noch etwas zeigen. Es gibt ähm. Weiss gar nicht mehr wo. Ähm. Äh. Es gibt so ein äh. Jetzt bin ich ein bisschen sprachlos. Ja hier ist ein Goldstatut drin. Äh. Genau hier ähm. Musst du glaube ich ein. 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 Wie macht man das mit Pflege die Pflanzen? Du musst Dünger holen aus dem. Aus dem. Aus dem. Treibhaus. Ähm. Hier muss man so. Ein Kürbis oder so. Einfach groß machen. Und hier hinstellen. Beton. Funktioniert doch Beton? Oder? Das ist nicht so guter Dünger. Doch. Nein. Ist das Dünger? Ja Dünger. Okay wo waren wir? Es gibt so eine ähm. Was kommt hier? Schau. Hey hallo. Ah ich hab Dünger. Wo bist du? Da. Genau. Musst du Dünger. Sprühen. So. Ähm jetzt? Jetzt musst du Wasser holen. Oh. Wo gibt's Wasser? Wo ist ein Wasser? Gib mal deine Gießkanne. Hä? Ja er ist dann gekommen. War das nicht dass man. Dass man auf irgendwas hochklettern konnte? Nö. Eigentlich muss man sich. Sag ich musst du noch mehr gießen. Und einfach. Damit du hoch kommst. Wo also. Gestalt wirst. Du musst noch mehr gießen. Aber du musst glaub ich diesen diesen durchtreffen. Die Gießkanne verloren. Und man muss ja das drücken. Ah man muss die 1 drücken. Also. Ähm wie hier eigentlich. Oha. Du musst das machen was ziehen oder? Also bei mir ist es ja. Auf meinem Stadion. Auf meiner Stadion. Äh ich hab sie verpasst. Nein. Nein. Geh das unendlich hoch? Ja aber lass mal. Lass mal Frieden. Jetzt hab ich sie. Ich hab die Stadion. Das sie auch haben. Oh. Sie ist da unten. Auf der. Ja. Auf der ganzen. Wo ich bin. Aber ganz oben ist glaub ich nichts. Au. Komm ich geh noch kurz zur Geheimgarage. Das ist nun nachher. Hilf dem Mail Drescher zu reparieren. Kennst du eigentlich Pimp My Ride? Nö. Ja das ist doch hier. Keine Ahnung. Das ist hier. Kommen. Also das ist einfach am besten bei der Tankstelle. Das wollte ich eigentlich gestern mit dir machen. Aber. Ich wollte das eben in einem Video machen. Und jetzt hab ich auch ein Video. Ja. Aber der goldene Apfel lässt sich nicht. Hier ist Dynamit. Ach was. Negativ. Ich glaub hier bei der Tankstelle kannst du dir noch diesen Pimpel abholen. Naja. Ich rutsche einfach mit meiner Kaka über den Grill und werde zum Brand. Also hier ist die versteckte Garage. Irgendwas muss man machen. Irgendwas muss man machen. Schon wieder meine Jungen verpackt sind. Es ist explodiert hier überall. Da hast du schon den Pimpel geholt. Nee. Aber ich will jetzt in diese versteckte Garage. Der ist hier drin. Der Pimpel ist hier drin. Ja hab ich welche. Gibt es hier nicht noch eine Mission was du noch machen musst hier. Au. In dieses Ende. Pimpel auf dem Kopf. Hast du Fragen? Ja. Ich hab Fragen wie ich jetzt hier rumgekommen bin. Nein. Wie viel Öl kann man einfach nur generieren lassen. So. Ey da hinten ist eine einsame Insel. Einfach The Forest. Ja grad. Ähm. Ich muss mich umbanden. So. Und jetzt. Beweiden. Tanchen. Hier ist eine Goat Statue. Kann das sein, dass man irgendwas zuerst auslösen muss, damit man in die Garage kommt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall fliege ich gerade weg. Bin mit einer Antenne geflogen. Ich glaube ich muss irgendwo in der Nähe noch etwas finden. Und der Eingang glaube ich irgendwo im Wasser oder was. Und ich bin jetzt auf der Baustelle. Also mit der Abrissbirne. Hey genau. Wir machen als nächstes Video. Wir werden ja auch wieder gross. Und man tut sich mit der. Einer tut mit der Abrissbirne und den anderen. Sie müssen dann herwerfen. Wahrscheinlich ich. Weil ich hatte Kameramann. Muss sein. Er hätte dich dann ein bisschen herumbacken lassen. Aua. Ich habe siebenhundert Zuschauer. Jo. Ich glaube OG Fortnite regelt. Ja. Eindeutig. Es ist halt jetzt gerade der Sprecher. Und. Es hat sich. Eindeutig. Da hast du so viele. Äh. Chinesen. Die dir zuschauen. So. Hier hoch. Hier nochmal. Hier drinnen ist nichts. Ja. Auf der Baustelle ist ja da dieses eine Auto was die ganze Zeit. Ja. Wie kann man das blocken? Mit der Abrissbirne. Ach so. Wo ist die? Da oben. Unser Kran. Diese Kugel. Ah. Ja. Was denn sonst? Die wird. Die wird jetzt weggerissen. Ja. Oh Gott. Ich weiß gar nicht ob ich das überhaupt noch kann. Wie schnell man sich auf den Boden backen kann. Das Auto hat gerade mein altes Auto weggehauen. Wir haben schon 25 Minuten mit dir. Und es passieren immer noch lustige Dinge. Ich habe schon lange abbrechen sollen aber ich kann einfach nicht abbrechen. Das Auto hat Bumm gemacht. Nur Bumm. Ja. Ich spiele gerade noch ein bisschen mit der Abrissbirne rum. Mhm. Wenn man noch kurz kommt. So muss ich den Abschluss des Videos. Kommt zu Abrissbirne. Ja. Und dann machen wir einfach mal das nächste Video weiter. Und dann nehmen wir kurz noch groß werden. damit ihr das Video schön schauen müsst. Ihr armen Zuschauer. Ich komme einfach nicht vorwärts weil ich die ganze Zeit brenne. Und auch. Wieso? Die Junge mit dem Rucksack kommen. War ich schon wieder verpackt. So. Kindesentführung. Drago entführt kleine Kinder. So. Tschüss. Wie kann ich aus der Abrissbirne aussteigen? Mit dem Auto einsteigen. Mit dem R-Taste. Wahrscheinlich Dreiecks-Taste. Ähm. Ich bin hier. Kannst du auf Timmy aufpassen? Auf Timmy? Mhm. Wenn ich aussteigen könnte, kann ich schon auf Timmy gehen. Also hier kann man auf der Taste auf der D-Taste. Ah, warte mal. Kann ja möglich sein, dass Dings erst aufgefahren sein muss. Mhm. Und siehst du da oben die Abrissbirne? Nein, ich seh nicht. Ja, ich seh doch, seh ich sie aber. Kann ich aussteigen. Sie bewegt sich halt nicht so fest. Wo bist du, Drago? Ich hau dich weg. Ich bin bei einem Clown. Okay, ich geh zur Abrissbirne. Oh. Oh, guck mal. Aber lass Timmy in Ruhe. Wo ist Timmy? Timmy ist auf meiner Schuhe. Ja, von. Ding. Hast du auch gelassen? Hast du auch gesehen, wie auf einmal das Haus abgerissen wurde? Ja. Lauf mal in die Abrissbirne. Nein, ich bin Sand. Also versuch, versuch mal auf die Abrissbirne hochzuklettern. Geh nicht. Ja, es ist irgendwie nicht so ein Stabil. Also man kann nicht wie in der Wand hochklettern oder so. Guck mal. Das Haus wird weiter abgerissen. Dafür ist doch eine Abrissbirne da. Dann muss ich drübeln. Hast du das gesehen? Das arme Haus. Oh, ich hab so viele Stangen hier. Konzentrieren der Stabil. Kein. Ja, wir sind hier unten. Was passt denn jetzt? Komm. Zu mir. Komm, schlag mich weg. Komm schon. Warte mal, ich will mal kurz das ausprobieren. Jetzt? Kannst du mich als Sieger irgendwie wegstoßen? Boah, ich bin irgendwie noch. Ja, danke. Wenn das Spiel nicht will, dann mache ich es halt einfach so. Aber jetzt ab zur Abrissbirne. Ich bin ein Lava-Geschoss. Ich kann weiterhin Feuerwehrmaschinen. Ich glaube, hier ist die Audi los. Aber ich weiß, ich bin zweifel, dass es so gewollt ist, dass ich das Haus jetzt halb abschüttet habe. Ja, die Feuerwehr. Ich komme mit der Feuerwehr kurz. Ich bin zweifelig. Ich bin zweifelig. Ja, Polizei. Jetzt musst du nicht noch im Weg stehen. Ich bin zweifelig. Ich dachte mir... Was machst du? hallo und nicht blühen das ist so geil hier geh nicht so also sind wir langsam fertig das nächste kommt das bald wie möglich die holen ja genau wie du lange füße gehabt bekommen hast und so hey ich kann nicht backen geil mach mal gleichzeitig gleichzeitig satteln nein immer wieder ab wir müssen gleichzeitig ach komm wieso geht das nicht mach mal weg so jetzt gleichzeitig auf 3 2 1 los du bist zu früh ich bin gleichzeitig 3 2 1 ich kann nichts drücken ich kann nichts drücken muss einfach die ganze Zeit nicht packen werden warte ich mach mal kurz was ausprobieren kann ich wenn ich dich drauf habe ja oh mein gott guck mal die zunge die zunge du hast ein pümpel ein pümpel hau dich ab warte ich hab dich ja noch gesattelt komm mal drauf komm mal drauf hä du hast dich von meinem skateboard runtergetreten wie das aussieht wie das aussieht ne lass mich warte lass mich dich mal hinten drauf packen hä 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 jetzt gehts oder ist weg das war geil was machst du das ich mach gar nicht ich mach das mit dem mein skateboard ist einfach weggebargt oh gott hau wir werden noch was stören oh gott also das spiel wurde nie getestet nein wir müssen die beta testen wir spielen die beta ja so wie es aussieht ist es noch die alpha ja wir sind alpha testet da vorne sitzt einfach ein mensch ohne auto guck mal da vorne sitzt einfach ein mensch ohne auto bei mir irgendwie nicht ne wo eeee hast du das noch auf aufnahme ja das war wo sind das noch auf aufnahme Ich hab's ja noch auf Aufnahme. Aber das Video wird langsam zu laut. Oh Gott. Zu lange. Nicht zu alt. Das ist besser als die beste Achterbahn. Jetzt ist er unter der Map. Was ist das für ein Spiel? Wir werden nach oben getrieben. Was ist das für ein Spiel? Oh Gott. Es ist gar nicht lustig geworden. Ist das eine Höhle? Okay wir sind unter Wasser. Okay wir sind auf der einsamen Insel. Ich bin auf der Insel oben. Ich bin unter der Insel. Ich bin einfach unter der Insel. Nein, ich hab hier die Statue. Danke. Also ich muss unbedingt nochmals irgendwie... Ja. Alles geht wieder los. Wie haben sie das nicht gedessert? Gesautelt werden und schlecken. Das passt nicht zusammen im Game. Weißt du? Das ganze Game ist überfordert. Was? Die ganze Engine? Los schlägt. Was ist das eigentlich da drüben? Von einem Schäfinger? Von einem Schäfinger? Das ist ja nicht komisch. Eigentlich chillig. Wie chillig bin ich hier drauf? Was? Was? Wir sind ein Windrad. Wir sind ein Windrad. Wir sind ein Windrad. Wir sind ein Wasserrad. Es ist so verwackert. Unglaublich. Okay. Jo. Ich glaube wir kommen jetzt zu einem Abschluss. Sonst brauche ich Jahre bis das Video hochgeladen wird. Jo. 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 I spin right round. Ich seh ja. Verpasst nichts. Ja jetzt. Jetzt sieht man es gut. Also wir haben noch ein bisschen mehr länger Spass. Aber das Video beende ich jetzt. Lass mich doch mal in Ruhe. Ich habe schon lange aufgehört. Dankeschön. So. Also die Ziege sagt Tschüss. Und die Banane auch. Ja. Hey guck mal. Du sagst ja. Du musst Tschüss sagen. Ja. Tschüss. Guck mal hier vorne ist das von Dings. Von der Tankstelle glaube. Ah ok. Ich dachte schon das wäre das. Ja das ist wirklich von der Tankstelle. Geil. Gut. Also ich beende das Video. Dankeschön. Sag nochmal Tschüss und ich ja. Tschüss. 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 Ja. Tschüss. 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 Ja.